Der Poker um Pierre-Emerick Aubameyang geht in die nächste Runde. Jetzt mit am Tisch. Arsenals Trainer Arsene Wenger. Mit betont zurückhaltender Taktik. Zuversichtlich oder nicht zuversichtlich, ich weiß es nicht. Im Moment sind wir nicht davor, irgendeinen Deal zu fixieren. Weder mit ihm noch mit jemand anderem. Eine Aussage, eine Intention. Den Preis drücken. Desinteresse vortäuschen. Medienwirksam zurückrudern. Kühle Kalkulation. Pokerface à la Wenger. Man weiß nie, wie nah man dran ist. Die abschließende Entscheidung ist noch nicht gefallen. Im Moment ist es möglich, dass es einen Wechsel gibt, aber wir haben auch andere Überlegungen. Wir haben viele Möglichkeiten auf unterschiedlichen Positionen. Eine finale Entscheidung ist noch nicht getroffen. Das Taktieren vom FC Arsenal. Und der Poker um Aubameyang geht munter weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.